Moin aus Hamburg! Ich freue mich so, denn wir haben endlich wieder eine Lieferung bekommen unserer eigenen Purity Produkte. Und die werden auch dringend benötigt, denn unser Vorrat ging zu Ende. Wir haben hier beispielsweise einen meiner Favorites, Daily Sabbatical. Spendet abends Ruhe und Gelassenheit nach einem stressigen Tag. Oder All-Time-Favorite Skin Meister Complex mit Q10 und Hyaluronsäure, strafft die Haut vom Innis. Passt hier auch ganz gut auf der Sprüche Einrichtung, sehe ich gerade. Deoxidans Buster mit Antioxidantien fügt sich hier auch harmonisch ein. Das ist auch eines meiner Lieferungsrückseite. Allerdings wechsle ich immer Skin Meister Complex und Oxidans Buster ab und nütze sie nicht parallel. So, ich habe alles mal quer bestellt, das freut mich. Hier Omega 3 mit DHA und EPA. Auch ganz toll, wenn man kein Fisch isst, weil man beispielsweise vegan lebt. Task Force Haut, Haare und Nägel. Wie es schon eigentlich sagt, für starke Nägel und starkes Haar. Hier immer eine 2-Hunderts-Fraktion. Dann haben wir hier für alle, denen der Bauch manchmal zu schaffen macht, unser Baby Karma. Und wenn wir auch dringend benötigt, PMSQ für die Tage vor den Tagen. Wohl ist ein bisschen unspendet. Gelassenheit. So, jetzt machen wir mal einen Cut. Part.